Hier sehen wir eine Hakenbutte. Im Frühling blüht die Heckenrose ganz zart rosa und aus der Blüte gibt es die Hakenbutte. Hakenbutte ist etwas, was sehr viele Vitamin C enthalten. Man kennt vor allem die Hakenbutte als Konfitüre. Aber ich habe Ihnen noch einen Tipp. Aus der Hakenbutte kann man auch ganz feines, vitamin C reiches, gesundes Ketchup machen.